Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo, bevor wir mit der Besprechung von Freelance anfangen, hier noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben den Film, also meine Kollegin Lida und ich, ja schon recht früh sehen können und in der Besprechung sagen wir, dass der Film am 14. September in die Kinos kommt. Das ist nicht mehr der Fall. Wir haben einen Tag nach der Aufzeichnung vom Verleih erfahren, dass sie jetzt entschieden haben, den Film zu verschieben und er soll jetzt am 5. Oktober in die deutschen Kinos kommen. Deswegen seht es uns nach, dass wir in der Besprechung das falsche Datum sagen und mal schauen, ob es beim 5. Oktober bleibt. Viel Spaß, danke für eure Aufmerksamkeit und man hört sich und zwar genau jetzt. Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch zur Besprechung des Actionfilms Freelance mit John Cena, der soll am 14. September in die Kinos kommen und wir haben ihn schon sehen dürfen und mit wir meine ich die Lida und mich. Hallo Lida. Wir konnten, wie gesagt, Freelance schon sehen und ich will ehrlich sein, wir nehmen das hier knapp sechs Wochen vor Kinostart auf und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde es gerade ein bisschen seltsam, dass wir von dem Film ansonsten noch gar nichts gehört haben, so werbetechnisch und ich wage mal die Prognose, dass der Film vielleicht gar nicht am 14. September in die Kinos kommt. Was glaubst du? Es würde mich nicht überraschen, wenn der einfach straight to VOD geht. Damit hätten wir eigentlich schon unser Fazit gefällt. Zu Ende? Vielen Dank, dass es jetzt so gehört. Ja, zu Ende. Wer noch wissen will, warum wir den Film nicht so mochten, dann könnte jetzt bitte dranbleiben. Ja, Freelancer. Mit John Cena, der spielt hier den ehemaligen Special Force Soldaten Mason, der jetzt als Anwalt arbeitet und sich aber so ein bisschen zurücksehend zur guten alten Zeit, auch weil es zu Hause mit seiner Ehefrau nicht so richtig gut läuft. Und sein alter Freund aus Militärtagen, gespielt von Christian Slater, macht ihm ein Angebot. Er soll die Journalistin Claire Wellington, gespielt von Alison Brie, begleiten, wenn diese irgendwo in Südamerika einen Diktator interviewt. Und mit diesem Diktator hat der gute Mason noch eine Rechnung offen. Trotz allem nimmt er den Job an und findet sich dann bald im südamerikanischen Dickicht wieder. Und dort muss er nicht nur mit Claire, sondern auch mit dem Diktator um sein Leben kämpfen. Und das ist im Groben die Handlung von Freelance. Oder habe ich irgendwas Signifikantes vergessen? Das fasst es sehr gut zusammen. Wunderbar. Punkt für mich. Ja. Der neue Film von Pierre Morel, dem französischen Regisseur von Ghetto Gangs und 69 Hours Taken mit Liam Neeson, der durch Taken ja durchaus einen gewissen Ruf genießt, der aber in den letzten Jahren keine allzu guten Filme abgeliefert hat, wie ich finde. Zumindest konnte ich mit Gunman nicht so viel anfangen. Oder hast du noch irgendwie was auf dem Zettel von ihm, wo du sagst, ja, das hat dich überzeugt? Nicht wirklich und ich finde diese Actionfilme, die du genannt hast, repräsentieren auch in jeder Hinsicht ganz gut für welche Art von Kino Pierre Morel steht. Ja, also ich habe einen Schwachbruch für seinen Ghetto Gangs, den mag ich wirklich ganz gerne wegen der Parcours Action, aber schon bei Taken muss ich sagen, ich gehe da nicht mit bei vielen anderen, die den ja ganz toll finden. Ich finde Taken ziemlich öde und er ist natürlich auch, sagen wir mal so, es sind ein paar Fragwürdigkeiten in dem Film drin, aber lass uns nicht über Taken reden, lass uns über Freelance reden und ja, puh, wo soll ich da anfangen? Also es ist so Schulterzuck der Film, würde ich sagen. Also dieser Film hat meiner Meinung nach nichts zu bieten, wo ich sage, das macht er gut. Eher im Gegenteil, das meiste macht er sogar richtig schlecht. Einmal das und die Fragwürdigkeiten, die bei Taken zum Beispiel auftreten und auch in anderen Filmen wie From Paris with Love drin sind, das sind ja ganz konkret ein extrem republikanisch, konservativ bis grenzwertig mitunter xenophobe Tendenzen, die man auch hier sehr deutlich merkt. Also es ist nicht einfach nur ein, meiner Meinung nach, nicht besonders gut und keineswegs hochfertig, im Gegenteil, vieles sieht sehr, sehr billig aus in der Produktion hergemachter Actionfilmen, den man einfach mal so runterlaufen lässt, sondern da ist eine Propagandamessage drin, eine politische, die wirklich wie ein riesengroßer Vorschlaghammer ist. Und ich sage jetzt mal auch den Leuten, die eher sagen, ach, sie sehen in Filmen, also sie ignorieren sowas eher und haben da keine Probleme mit, auch diesen Leuten, denke ich, wird das auffallen und mitunter unangenehm aufstoßen, was da fabriziert wird. Also es ist ja so, dass der Darsteller Juan Pablo Raba, der spielt diesen Diktator, Juan Arturo Wenigas, so steht es zumindest hier, und der erweist sich ja im Laufe der Handlungen als gar nicht mal so böse, also es ist so der nette Diktator von nebenan, wer kennt ihn nicht? Und das, ich muss ehrlich sein, politisch hat mich das echt nicht gestört. Ich fand es halt einfach nur todesnervig. Ich fand das meiste an diesem Film nervig, was zumindest dafür gesorgt hat, dass ich wach geblieben bin im Kino, weil ansonsten wäre ich, glaube ich, schon noch 20 Minuten sanft entschlummert. Ja, er ist nervig, aber wir können ja, also man kann das ja kurz umreißen, beziehungsweise ich umreiße es ganz kurz. Erstmal das Land, in dem wir hier bei uns befinden, das ist Paldonien, ein fiktiver südamerikanischer Staat, der aber uns vielleicht ein bisschen an so reale Länder durchaus erinnern soll. Und es beginnt schon damit, dass hier dieser Mason, unser Hauptcharakter, in einer kurzen, ja, Prolog-artigen Mini-Biografie von ihm, die wir sehen, proklamiert, dass er sein richtiges Glück erst im Militär gefunden hat. Und dass dann auch so dermaßen geboostet und völlig kritiklos und ironiefrei dargestellt wird, ja, am Militär, da sind Männer noch Männer, da können sich so Boys richtig austoben, mit frohen Helikopter fliegen und rumballern und so, als ob alles nur ein Computerspiel wäre. Und dann natürlich der nächste Punkt hier, die Invasionspolitik der USA wird hier extrem idealisiert, also dass das Militär natürlich im Auftrag der USA immer nur gute Missionen hat, dass das die guten sind und dass sich natürlich Länder, in denen, wie es die USA ja sehr oft gemacht haben, Diktatoren oder bestimmte politische Figuren entweder beseitigt werden oder installiert werden, dass es denen dadurch sogar wesentlich besser ginge als vorher und die sich das mitunter direkt wünschen würden. Also, ich denke, man kann nicht behaupten, dass die letzten invasionspolitischen Aktionen der USA besonders erfolgreich oder Verbesserung bringend für die Bevölkerung waren. Im Gegenteil, wir sehen ja, was da überall passiert ist und das gerade mit Hinblick auf diese Entwicklungen, wo viele von ja nun noch nicht so lange zurückliegen, da diesen Film rauszuhauen, der diese Message wirklich einem alle paar Minuten reinreibt, Das ist sehr abgeschmackt. Das stimmt. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, dass er halt auch als Unterhaltungsvehikel, wenn ich ihn nur als Unterhaltungsvehikel betrachte und ich glaube, dafür wurde er produziert, funktioniert er auch wirklich gar nicht. Also, der macht halt wirklich keinen Spaß und ich bin relativ gut darin, auch solche Sachen, sag ich mal, auszuklammern, aber in diesem Film funktioniert wirklich, ich muss es so ehrlich sagen, gar nichts. Ich habe nichts gegen John Cena, ich finde, dass der, das ist ja ein Wrestler oder ein Ex-Wrestler, der weiß schon, wie man mit Charisma umgeht, aber der ist hier so, also, was soll das? Also, das ist ja nicht mal Schauspieler, was er hier macht. Alleine halt die Grundstory, dass ich wirklich abkaufen soll, dass John Cena ein Anwalt ist, ist halt schon Schwachsinn. Es tut mir leid, aber du siehst ihn da in seinem Anzug, in dieser Möchtegern-Anwaltskanzlei und du siehst aber auch sofort, das ist einfach ein Studio und dieser Anwaltskanzlei sitzt ja auch, glaube ich, im gesamten Film, glaube ich, wenn es hochkommt, 30 Sekunden. Und das soll mir schon ausreichen als Erklärung, ja, der ist jetzt Anwalt. Das ist absoluter Bullshit. Das funktioniert nicht und solche Sachen, also davon ist der Film durchzogen. Das ist ein, ich glaube wirklich, mit einer der schlechtesten Actionfilme, die ich seit langem im Kino gesehen habe und ich gucke viele Actionfilme im Kino. Das kann ich nur unterstreichen, ich war bisweilen regelrecht amüsiert bis erschreckt, wie bin ich und schlecht gemacht die Effekte auch waren. Da sieht man eindeutig, dass da eine Rückprojektion ist, dass man sich direkt in die 50er Jahre versetzt fühlt. Es gibt Anschlussfehler, es gibt furchtbar schlechte Statisten oder einfach auch ein Zeichen dafür, dass bei manchen Szenen, die sich nicht mal die Mühe gemacht haben, noch einen zweiten Take oder einen dritten Take zu machen. Wenn Leute zum Beispiel, obwohl sie überhaupt nicht geschlagen wurden, einfach mal zur Seite stolpern und bewusstlos auf den Boden fallen, so nach dem Motto Superkampfszene. Die Explosionen sind geradezu jämmerlich und man sieht halt wirklich immer wieder, dass da richtig minderwertig gearbeitet wurde, sodass man sich nur fragt, wo ist das ganze Budget hingegangen? Also was haben die damit gemacht? Denn Filmqualität haben die sich offenbar nicht gesteckt. Ja, also es gibt wirklich, es gibt eine Szene, da wird Mason und Claire durch den Dschungel gejagt und zwar von zwei Soldaten und einem Helikopter. Und der Helikopter schießt mit Raketen und dann hat noch so ein Maschinengewehr. Ja, das ist eigentlich eine Szene, wo ich mir denke, da hättest du was machen können, eine gewisse Haptik, eine gewisse Kinetik, eine gewisse Energie freisetzen. Aber das ist halt wirklich so, als ob die, was ich, durch die Heide einfach stolzieren dabei. Ich habe wirklich selten so etwas inspirationsloses in Sachen Action gesehen wie diesen Film und das macht mich ein bisschen traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe nichts gegen John Cena, ich mag Alison Brie und auch wenn ich mit den meisten Sachen von Pierre Morell nicht so richtig mich anfreunden konnte, Sachen Action konnte der eigentlich immer ganz gut inszenieren. Und ich frage mich wirklich, was ist hier bitte schiefgelaufen? Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht erklären. Ja, es stimmt auch wirklich von vorne bis hinten nicht. Die Charaktere sind großteils unsympathisch. Lange Strecken der Story machen wenig Sinn und es wirkt manchmal auch wie so ein bisschen so ein Abklatsch von anderen Filmen. Zum Beispiel, wenn jetzt der Mason und die von Alison Brie gespielte Claire Wellington da durch den Dschungel laufen, fühlt man sich teilweise erinnert an diesen Film mit Sandra Bullock, den es vor kurzem gab. Lost City. Lost City, genau. Aber ohne, dass der jetzt nur ansatzweise an das ja nicht nun schwindelerregend hohe Niveau von Lost City heranreichte, da ist weder komödiantischer Charme noch entsteht irgendwie Spannung. Wir haben eben schon erklärt, dass die Effekte und Actionszenen mehr als lahm sind. Und dann dazu noch so wirklich diese abgeschmackte politische Message, wo man auch immer wieder merkt, wie der Film die Bevölkerung dieses finktiven Landes als völlig unmündig und direkt zu dumm, um eigene politische Entscheidungen zu treffen, darstellt. Und man ja auch immer das hat, was in vielen Filmen der Fall ist, das Leben der Weißen ist wert, oder der Amerikaner in dem Fall, ist wertvoll und spannend, ob die sterben, verletzt werden oder was mit denen passiert. Und die anderen sind einfach nur Kanonenfutter und da Zehen von weggeknallt werden, ist völlig egal oder soll bisweilen sogar amüsant sein. Und das stört dann doch massiv. Ich möchte gerne noch einmal auf das eingehen, was du gesagt hast mit Lost City, also der Vergleich kam ja auch. Und es gibt eine Szene, und ich glaube tatsächlich, das ist für mich die bislang schlimmste Szene des Kinojahres, wenn aus dem Nichts, aus dem heiteren Nichts, diese Claire Wellington plötzlich versucht, sich an diesen Mason anzubaggern. Und vorher ist da nichts von wegen Progression, was die Beziehung der beiden angeht. Wirklich gar nichts. Und von 0 auf 100 ist es dann wirklich so, ich mag dich nicht hin zu, na, na, willst du mein Bettgefährte werden? Und das ist so albern, das ist so hülsang gespielt, das war wirklich unangenehm, sich das anzugucken. Also, sie versuchen wirklich, wie bei Lost City so ein bisschen auf dieses, wie hieß er, mit Michael Douglas und Kathleen Turner, diesen Romancing the Stone, halt versuchen sie es, aber das funktioniert nicht. Weil die auch keine Chemie haben. Und dieses Drehbuch, das dann einfach sagt, okay, die sind jetzt eine halbe Stunde durch den Wald gelaufen, jetzt müssen sie sich aber lieben. Und natürlich kommt es nicht dazu, denn John Cena ist ja Amerikaner und seiner Familie verpflichtet und der bleibt natürlich seiner Ehefrau treu. Aber trotzdem, diese Szene, also, ich war hin und her gerissen, soll mir Alison Brie leid tun, dass sie das spielt? Soll mir John Cena leid tun oder soll ich mir am besten selbst leid tun, weil ich mir das angucken musste? Ich weiß es nicht. Ja, in jeder Hinsicht, sei es die Gesinnung oder die Figuren oder auch die schlechten Effekte, wobei man da sagen muss, da hat man in den 80ern bessere Effekte gesehen, an die der Film bisweilen erinnert. Man fühlt sich so in der Zeit zurückversetzt, diesen Erzkonservativismus der ersten Bush-Ära, also von Bush Senior. Und das Frauenbild des Films ist auch wenig überraschend unterirdisch. Es gibt überhaupt nur zwei weibliche Charaktere, eben einmal die brave Ehefrau und Mutter, die zu Hause sitzt und nur auf ihren Mann wieder wartet. Und zum anderen diese als zickig, unsympathisch da eingeführte Journalistin, die dann auch aus irgendeinem Grund sich an ihn ran macht, was auch zeigt, ja, dass da, es wirkt auch da, als ob das Drehbuch so nach dem Würfelprinzip geschrieben wurde. So, oh, jetzt brauchen wir noch eine Sonos-Szene nach, können wir noch ein paar Minuten füllen mit Sonos-Szene und jetzt kommt ein Pferd und jetzt kommt ein Hubschrauber und so geht das durch den ganzen Film. Ja, also ich kann mich nur wiederholen, für mich, also ich hatte nicht so die großen Erwartungen, aber trotz allem wurde ich massiv enttäuscht. So kann ich glaube ich zusammenfassen. Ja, also tatsächlich denke ich, hätten die den Film jetzt einfach nur ein bisschen umgeschnitten und als Satire verkauft, wäre er noch besser anzunehmen als das, was er jetzt ist. Ja, und ich komme noch auf den Anfang zurück, denn ich habe ihn gesehen und wie gesagt, jetzt, wo wir es aufnehmen und das ist jetzt knapp, ja, ich würde sagen fünf Wochen jetzt vom offiziellen Kinostart in Deutschland entfernt, aber es gibt noch keinen Trailer, es gibt noch keinen Poster, es gibt bis auf ein einziges Bild nichts an Marketing. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die Macher oder dass der Verleih sich vielleicht denkt so, nee, wir bringen die nicht ins Kino oder wenn, wirklich nur so in geringer Stückzahl, denn wenn das halt wirklich ein Kinofilm sein soll, dann weiß ich nicht, was die Verantwortlichen falsch gemacht haben. Also das, äh, ich, ich möchte hier sogar ein bisschen krass, ich weiß, aber die Arbeitsverweigerung in den Mund nehmen. Weil es kann nicht sein, dass man wirklich sowas rausbringt und glaubt, das ist ein ordentlicher Kinofilm. Ist er nicht. Und ich glaube, dass der auf Netflix oder als Direct-to-DVD wäre er besser aufgehoben, weil so sieht er halt auch aus. Aber als Kinofilm ist, und jetzt nehme ich noch ein hartes Wort in den Mund, ich finde, ist es fast schon eine Frechheit. So, jetzt habe ich es gesagt. So. Das kann man auch nicht anders umschreiben, denn wenn man sich vorstellt, dass man dafür jetzt etwa acht Euro, was ja eine Kinokarte im Durchschnitt kostet, berappen soll und dann auch noch gut zwei Stunden seines Lebens opfern, ist das doch wirklich eine Frechheit. Und, wie gesagt, umso kleiner der Bildschirm, umso weniger sieht man, wie schlampig und patzig das alles gemacht wird. Also würde der Film sich tatsächlich damit gefallen tun, nicht nur eine Lupe über seine ganzen Fehler zu halten. Lida, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich podcaste sehr gerne mit dir, aber ich podcaste ungern über schlechte Filme. Und wir haben jetzt schon eine Viertelstunde über diesen schlechten Film geredet. Machen wir dem Trauerspiel ein Ende. Willst du noch ein Fazit fällen oder glaubst du, wir haben eigentlich alles gesagt? Wir haben alles gesagt. Also Freelance zeigt, wie hart es manchmal ist, Freelance-Filmkritikerin zu sein, wenn man solche Filme gucken muss. Das ist ein schönes Schlusswort, damit lassen wir es. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, die Töne schafft, es gibt überall, wo es Likes gibt. Ich sage Adieu und Lida, dir gebe ich das Letzte. Macht's gut und hört weiter bei uns allen rein. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.